Die Jugend der Firma Wolfsbüller eines frischen Denkens, das was niemand denkt, was in uns steckt, einfach eine frische Jugend, eine Performance, die wir Ihnen heute näher bringen wollen. Nichts ist unmöglich. Alles machen wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Kunden. Alles wollen wir für Sie erledigen. Alles wollen wir für Sie leisten. Nur eins ist gewiss, alle wollen miteinander das große Bauen, Sehen, Erleben dürfen. Wir von Wolfsbüller, wir zeigen Ihnen die Zukunft. Let's have a world. Lasst uns gemeinsam arbeiten. Lasst uns an dem arbeiten, was Sie und wir wollen. Lasst uns gemeinsam das Ihr Gefühl stärken. Lasst uns in Zukunft bieten mit neuen, interessanten Maßnahmen. Wir wollen wir Ihnen den Rock'n'Roll, den fürchten, den Rock'n'Roll näher bringen. Die Gruppe der Fahrer bringt es direkt an die Bühne. Aber ich bin völlig überzeugt, dass wir das schaffen werden. Wetten, das ist die Aufgabe. Wir werden direkt an der Bühne landen. Leitig Wolf und Müller bricht horizontlich. Wir machen den Weg frei für Elm Kippo. Das ultimative aus dem Süden Deutschlands. Only for you. Only für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wolfsbüller. Und für unsere vielzähligen Kunden, die heute so zahlreich erschienen sind. Momentan sind wir noch ein bisschen weg von der Bühne. Aber ich denke, der Fahrer wird es in den nächsten Sekunden. Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wolfsbüller. und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wolfsbüller. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020